Ja, auch ich möchte euch ganz herzlich grüßen zu dem Morgen Gottesdienst, es wird schon fast Mittag jetzt. Ja, wir dürfen hier zusammen Gott anbeten. Es ist schön, euch alle zu sehen. Ja, wir sind gerade in dem Buch Sprüche, schon seit einer geraumen Zeit und wir gehen langsam durch Sprüche und ja, wir sind jetzt gerade in Kapitel 16. Und da werden verschiedene Themen angesprochen und in Kapitel 16 von Vers 10 bis 15, da wird so die Regentschaft und zwar jetzt genau genommen der König und seine Position angesprochen. Und was von ihm zu erwarten ist. Gut, wir leben in einer Zeit, wo bei uns nicht mehr, ja es gibt noch Könige in einigen Ländern um Deutschland herum. Deutschland gerade ist keine Monarchie, aber so einige Länder um uns herum sind noch Monarchien. Aber die Könige in diesen Ländern, die sind zwar reich, aber zu sagen haben sie nicht mehr sehr viel, oder? Wenn ich so an die Königin von England denke, sie darf ein paar Gesetze abnicken, aber so Entscheidungen treffen, naja, eigentlich eher weniger. Und auch in Holland und in anderen Ländern, es gibt noch ein paar Länder, wo Monarchie stärker betont ist. Nicht in Europa, eher dann außerhalb von Europa, aber da sind Könige, ich würde es mal so sagen, noch Könige. Ein König in der Antike war jemand, der absolute Macht hatte. Wir als Leute in Europa, wie wir sagen, das geht gar nicht, sowas kann man doch nicht zulassen, dass jemand so eine absolute Macht hat. Aber so war es damals. Ein König war das Gesetz. Er konnte Gesetze aussprechen, er konnte Gesetze machen. Er konnte aber auch von seiner Seite die Gesetze gleich durchführen lassen. Er konnte verurteilen, einfach so, die Menschen. Die Könige hatten damals wirklich sehr viel mehr Macht. Er hatte auch sogar die Befugnis, über Leben und Tod zu entscheiden. Und es gab kein Gremium oder keinen Ausschuss, der ihn beurteilen durfte. Ein König war König. Er hatte das Sagen gehabt. Und wir haben das letzte Mal schon so gelesen, da hieß es, ich bin im falschen Kapitel, so hier. Da hieß es in Vers 14, Sprüche 16, Vers 14. Der Zorn des Königs ist ein Todesbote, aber ein weiser Mann wendet ihn ab. Der Zorn des Königs ist ein Todesbote. Ein König konnte Leute verurteilen, selbst zum Tode. Das war für einen König überhaupt nichts Besonderes. Das konnten Könige einfach. Und deswegen schreibt, lesen wir hier von Salomo, dass er es so schreibt. Ein König kann sowas machen. Aber Menschen als Könige sind Menschen, die auch versagen. Auch Könige sind Menschen, die versagen. Es gab Könige, die gut waren. Es gab Könige, die, wenn wir das hier in der Bibel lesen, wo die Bibel das sehr verurteilt, diese Könige. Aber selbst auch die besten Könige haben wirklich stark versagt. Ich denke da an David. Wenn wir an einen König denken, dann denken wir aus der Bibel sehr oft an David als König, weil wir haben so viele Psalme, die von ihm geschrieben worden sind. Wir lesen so viel Gutes von ihm. Wie er Gott folgte. Aber auch bei ihm gab es Situationen, die vollkommen untragbar waren. Auch er versagte so stark. Wir lesen gerade in 2. Samuel Kapitel 11 davon, dass er Ehebruch beging. Dass er Mord beging. Er als ein guter König ist so daneben gewesen. Er war Mensch. Menschen versagen. Und auch Menschen als Könige, Regenten versagen. Wenn wir an unsere Regierung denken, dann müssen wir auch sagen, ja, es ist vieles gut. Aber auch da sehen wir Versagen. Menschen versagen immer wieder. Menschen sind aber auch beschränkt. Und deswegen haben wir bei uns in unserem Land eine Dreiteilung der Macht, damit halt nicht der Gesetzgeber auch derjenige ist, der verurteilt oder derjenige ist, der die Gewalt ausführt. Wir haben eine Dreiteilung der Macht, damit das halt getrennt wird. Weil Menschen versagen. Weil Menschen sehr schnell auch irritiert werden können und ihre Macht missbrauchen können. Deswegen ist bei uns eine Dreiteilung der Macht. Aber die Bibel spricht ja auch von Gott als König. Die Regierungsart Gottes wird uns als Monarchie beschrieben. Und wir lesen auch nirgends in der Bibel, dass irgendwie eine andere Herrschaftsmacht bei Gott sein wird. Wir lesen ganz deutlich im Psalm 47, Vers 8. Da heißt es, denn Gott ist König der ganzen Welt. Gott ist König. Das ist die Macht oder die Art der Regierung, wie Gott es für sich entschieden hat. Er sagt von sich selbst und wir lesen von anderen, die über ihn sprechen. Er ist König. Und zwar der ganzen Welt. Die meisten Könige. Oder es gibt auf unserer Erde sehr viele Könige. Sehr viele Königreiche. Es sind zwar weniger geworden, aber es gibt noch immer sehr viele Königreiche. Früher war fast jede Stadt ein eigenes Königreich. Aber Gott ist König über die ganze Welt. Egal wo auf der Welt du sein magst. Wir lesen hier, Gott ist König der ganzen Welt. In Psalm 95, Vers 3, da lesen wir, denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Er ist König nicht nur über diese ganze Welt, wie wir es gerade gelesen haben. Er ist König über alle Götter. Bei uns hier haben wir ja nicht so viele Götter oder zumindest sagen wir, wir haben nicht so viele Götter. Es gibt Länder, in denen noch immer so ein Götterkult besteht und da werden verschiedene Götter angebetet. Den Göttern werden verschiedene Kräfte zugewiesen und man versucht alles Mögliche zu machen, um diese Götter zu besänftigen. Ich bin oft in Indien gewesen und ja, da sieht man noch so viele Götter. Und wenn man spricht, wie viele Götter habt ihr, da sprechen einige von 330 Millionen Göttern, die in einem Land sind. Die Menschen haben sich viele Götter gemacht und es gibt auch Mächte hinter diesen Göttern, die man sehr oft auch verspüren kann. Aber Gott ist größer als alle Götter. Die Götter mögen Macht über Menschen haben. Menschen sprechen Göttern Macht zu. Aber unser Herr, unser Gott ist größer. Unser König ist größer als all diese Götter. Und magst du auch den stärksten Gott dir ausdenken? Unser Herr, unser König ist größer als alle Götter. Er ist ganz oben. Egal wie hoch du die Spitze treibst. Er ist immer ganz oben. Kein Gott kann sich mit unserem Gott gleichstellen. Im Psalm 146, Vers 10, da lesen wir, Auf ewig herrscht der Herr als König. Dein Gott, Zion, jetzt und in alle künftigen Generationen. Halleluja. So heißt es hier. Auf ewig herrscht der Herr als König. Die Könige in dieser Welt haben eine begrenzte Zeit. Spätestens mit dem Tod ist der König kein König mehr. Er ist einfach nur tot. Er wird begraben. Er wird vielleicht in einer großen Pyramide begraben. Oder irgendwie sonst in einem Mausoleum dargestellt. Aber diese Herrscher, die sind irgendwann mal tot. Aber hier heißt es, dass Gott auf ewig herrscht. In allen künftigen Generationen. Es gibt kein Ende seiner Herrschaft. Und selbst in der Ewigkeit bleibt er König. Denn wir anbeten werden. Unser Herr ist König. Auf ewig. In Jesaja Kapitel 11. Da wird uns so ein Vorblick gegeben über einen König. Und das ist ein prophetisches Wort. Und hier heißt es, Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Das Königreich Judah, das wurde irgendwann mal auch begrenzt. Wie ich schon sagte, die Königreiche hier sind oft sehr begrenzt. Und ja, irgendwann wurde Israel und auch Judah in die Gefangenschaft geführt. Und dann hatten sie auch nicht mehr wirklich einen König danach. Und hier heißt es prophetisch so etwa 600 Jahre bevor Christus geboren war, heißt es hier, Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und ein Schüssling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Gefangenen richten in Gerechtigkeit und die Geringen richten und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen die Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und die Treue der Schurz seiner Lenden. Hier wird über einen König gesprochen in Zukunft, der aus dem Stumpf Isais hervorgehen würde. Das Königtum, das irgendwann Ende hatte, wird wieder neu aufsprossen. Jesus Christus ist ein Nachkommer Davids. Isai war der Vater von David. Jesus Christus ist ein Nachkommer dieser Königslinie. Und von ihm wird hier gesprochen, dass er ein gerechter König sein wird. Dass er nicht willkürlich über die Menschen herrschen wird. Was hier so oft passiert im Königreich in dieser Welt, dass Menschen Macht missbrauchen, dass Menschen andere unterdrücken, dass Könige, dass Regierungen andere Menschen unterdrücken. Dieser König, von dem her gesprochen wird, der würde das nicht machen. Der Gericht führt in Gerechtigkeit, sich über die Elenden erbarmt, über die Geringen. Aber die, die gewalttätig sind, die ihre Gewalt an anderen ausüben, über die lesen wir hier, dass er sie schlagen wird mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen, den Gänseslosen töten. Und wir lesen hier, dass er nicht richten wird nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören. Er richtet die Menschen nach dem, was er in den Herzen der Menschen sieht. Er kennt uns durch und durch und er sieht uns die ganze Zeit hindurch. Er weiß ganz genau, was wir als Menschen tun. Er ist jemand, der in Gerechtigkeit richtet. Und von diesem wird hier gesprochen, in Jesaja, prophetisch. Und Jesus ist dieser König. Er ist nicht ein König, der bereit war, die Macht auf der Erde auf sich zu ziehen, an sich zu reißen. Es gab ja immer wieder in der Geschichte so viele Kämpfe um die Macht, um die Herrschaft, um das Königreich oder König zu sein. Es gab so viele Kämpfe. Hier ist einer, der sich nicht um das Königtum gerissen hat, obwohl er es konnte, obwohl er so viele Wunder vollbracht hat, obwohl er seine Kraft immer wieder deutlich bewiesen hat. Wellen und Wind müssen sich ihm unterordnen. Er war derjenige, der wirklich Macht hatte, aber diese Macht nicht an sich gerissen hat. Als man ihn fragte, bist du König? Dann sagt er, ja, aber nicht von dieser Welt. Wenn ich König von dieser Welt wäre, würden meine Untertanen für mich kämpfen. Aber nein, Jesus war nicht König in der Weise, wie sich die Menschen das normalerweise dachten. Er hat sich selber hingegeben für uns. Er ist für uns gestorben. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Das ist die Art des Königtums, wie wir sie in Jesus sehen. Aber er ist König. Und in der Offenbarung, da lesen wir von ihm. Da lesen wir von seiner Herrschaft. Und wir lesen auch, dass wir, die wir Jesus angenommen haben, dass wir mit ihm zusammen herrschen werden. Ja, und hier heißt es dann so, dass der, dass im leuchtenden des Angesichts des Königs ist Leben und sein Wohlgefallen ist wie eine Wolke des Spätregens. Wenn der König einem Wohl gesonnen ist, dann ist das Leben. Ich dachte da an Esther, die wird uns ja im Buch Esther beschrieben. Sie hat den König geheiratet, aber trotzdem heißt es bei ihr, als sie zum König gehen wollte, wegen ihres Volkes, das in der Gefahr stand, ausgerottet zu werden, da sagte sie, nur wenn der König seinem Zepter entgegenreicht, nur dann kann der Mensch mit dem König sprechen. Ansonsten muss er sterben. Und sie sagt, betet für mich, damit dieses Wohlergehen des Königs über sie ergeht, wenn sie zu ihm hineingeht. Wenn der König Gunst der Person zeigt, dann ist es Leben. Dann bleibt der Mensch am Leben. So war es damals in den Königreichen. Und Esther ist gegangen, obwohl sie in der Gefahr stand, dass der König sie abweisen würde. Die Gefahr war real. Es war nicht so eine theoretische, ja theoretisch kann es ja sein. Der König hatte damals wirklich die Macht gehabt. Er hat aber zugunsten von Esther entschieden. Oder Nehemiah. Von Nehemiah lesen wir, dass er hört, dass Jerusalem zerstört ist, dass die Mauer noch nicht aufgebaut sind und das macht ihn traurig, das zu hören. Er ist bestürzt zu hören, dass da jeder hinein kann in die Stadt, die Stadt keinen Schutz mehr hat oder dass der Schutz noch nicht aufgebaut worden ist und er ist bestürzt darüber und er ist traurig und er wünscht sich so sehr, dass da Jerusalems Mauern wieder aufgebaut werden und er ist dann ein Diener des Königs und der König bemerkt es, dass er traurig ist und Nehemiah hat richtig Angst er hat Angst dass der König das als etwas Negatives empfinden könnte und dass er vielleicht dann nicht mehr am Leben bleibt der König hatte solche Macht gehabt in der damaligen Zeit wenn der König jemandem wohlgesonnen war dann war es Gunst und dann konnte es weitergehen und Nehemiah hat diese Gunst dann bekommen und er dürfte nach Israel ziehen und die Mauer dort aufbauen aber die Gefahr war einfach da dass es für ihn vielleicht traurig enden konnte die Menschen die haben immer wieder am Morgen geschaut na wie sieht der König aus ist heute ein guter Tag zum König zu gehen oder ist das ein Tag wo mein Kopf kürzer gemacht wird man schaut den König an um zu sehen ob man etwas dem König vortragen kann oder nicht man hat alles mögliche versucht zu machen damit ja man erkennt wie ist der König heute drauf ist es ein Tag wo ich was sagen kann ist es ein Tag wo ich besser weg bleiben soll und zum Teil war es so dass das was der König machen musste er musste einfach nur entweder böse einen anschauen oder halt lächelnd einen anschauen da wusste man Bescheid okay das ist heute kein guter Tag für mich die Leute verstanden die Botschaft sehr wohl also wenn ein König gut drauf war wenn ein König positiv drauf war dann hatte man Leben auf der anderen Seite war es nicht so gut und das heißt hier weiter und sein Wohlgefallen ist wie eine Wolke des Spätregens wir leben in einem Land wo wir ja viel Regen haben ab und zu haben wir einen Sommer der ein bisschen wenig Feuchtigkeit hat und in diesem Jahr ist es auch immer wieder dass wir viel zu wenig Regen hier in unserer Gegend hatten Regen ist für uns auch wichtig aber in Ländern wie Israel ist Regen noch viel wichtiger es ist ein Land das davon lebt dass der Spätregen da ist wenn dieser Spätregen ausfällt dann fällt auch die Ernte aus und hier heißt es dass sein Wohlgefallen ist wie eine Wolke des Spätregens es ist schön wenn es dann noch so im April regnet dann wird die Ernte gut wenn der König wohlgefallen hat dann ist es erfrischend dann ist es gut das sagt dieser Vers hier und wir mögen jetzt sagen naja okay eine Beschreibung des Königs was hat das mit mir zu tun es wird hier eine Regierung beschrieben eine Regentschaft und es ist gut wenn die Regierung positiv gegen uns gestellt ist wir waren am Freitag draußen ihr habt schon das Zeugnis gehört wir waren auf einer Demo die genehmigt war da wurden Straßen abgesperrt da wurde die Kurt Schumacher Straße abgesperrt für uns kein Auto durfte dort auf der Spur fahren wo wir gegangen sind selbst die Straßenbahn musste hinter uns halten durfte nicht fahren in der Zeit wo wir unterwegs waren es war eine genehmigte Demo wir durften das machen das war eine Demo um Gott zu danken für die 30 Jahre der Einheit Deutschlands und wir durften das einfach so durchführen da waren ein paar Polizeiautos eins vor uns eins hinter uns ein paar Motorräder Polizeimotorräder haben uns begleitet die haben die Straßen jeweils immer abgesperrt die haben uns durchgeleitet weil die Regierung Gunst zu uns hat wenn die Regierung es nicht hat dann wird das schwierig dann wäre schwierig für uns es gibt so viele Länder auf dieser Welt wo die Christen nicht diese Gunst von der Regierung haben es gibt so viele Länder wo man solche Demos Dank Demos nicht durchführen dürfte wo Christen zusammengeschlagen werden nur weil sie zusammenkommen wo wo Versammlungen einfach abgebrochen werden weil einfach die Regierung das nicht mag lasst uns dankbar sein dass wir in einem Land leben wo wir so frei solche Demos durchführen können lasst uns für die Regierung beten es kann sich so schnell ändern die Gesetze können sich auf einmal gegen uns wenden wir haben keine Versicherung dass die Gesetze immer so bleiben wie sie jetzt sind wir merken auch jetzt schon dass Gesetzentwürfe da sind über die wir nicht so sehr uns freuen über die wir nicht stolz sind lasst uns für unsere Regierung einfach immer wieder beten wir sind dazu auch durch das Wort Gottes aufgerufen und gerade jetzt angesichts dass wir erst gestern den Tag der Deutschen Einheit gefeiert haben vielleicht mehr oder weniger lasst uns aber einfach dankbar sein und ja so für die Regierung auch einstehen das war jetzt ein Wort an die Regierenden jetzt kommen wir zu etwas was uns alle betrifft Salomo der hat in den Sprüchen verschiedene Themen die er beleuchtet jetzt kommen wir zum Vers 16 und hier heißt es Weisheit erwerben wie viel besser ist es als Gold und Verständnis erwerben ist vorzüglicher als Silber der Wert der Weisheit es ist interessant wie die Bibel Weisheit definiert in Jakobus 3 Vers 17 da lesen wir die Weisheit von oben aber ist erstens rein sodann friedvoll milde folgsam voller Barmherzigkeit und guter Früchte unparteiisch ungeheuchelt die Weisheit von oben um diese Weisheit geht es hier es geht hier nicht um menschliche Weisheit es geht hier nicht um Wissen es geht um göttliche Weisheit und das heißt hier Weisheit erwerben Moment mal Weisheit erwerben Weisheit kaufen kann man Weisheit kaufen wie kann man Weisheit erwerben was sagt uns die Bibel über das Erwerben der Weisheit Weisheit kann man natürlich nicht mit Geld kaufen wenn es so wäre dann wären alle reichen Menschen in dieser Welt die Weisen weil die es sich dann leisten könnten aber Weisheit kann man nicht mit Geld kann man nicht mit Gold oder Silber kaufen und trotzdem heißt es hier Weisheit erwerben Weisheit kostet was Weisheit hat schon seinen Preis man muss diese Weisheit erwerben man muss sich für diese Weisheit entscheiden es heißt hier Weisheit erwerben wie viel besser ist es als Gold man kann sich entweder entscheiden ich will Gold als Ziel für mein Leben haben ich will lieber mir so viel wie möglich Gold erwerben oder Silber oder ich kann mich für Weisheit entscheiden es kann natürlich auch sein dass Gott beides schenkt aber nach was strebst du nach was sehnt sich dein Herz was ist das Ziel deines Lebens ist das Ziel deines Lebens Karriere zu machen ist das Ziel deines Lebens möglichst reich zu werden oder ist das Ziel deines Lebens weise zu sein Salomo hat ganz am Anfang einer Regentschaft Gott um Weisheit gebeten als Gott ihm sagte was soll ich für dich tun was soll ich dir geben er sagt ich will Weisheit haben und Gott sagt ja du kriegst Weisheit du kriegst auch Silber und Gold aber du kriegst Weisheit weil das sein Ziel war sein Ziel war in Weisheit sein Volk zu führen sein Ziel war das Richtige zu tun Weisheit dafür zu haben was ist unser Ziel was wollen wir in unserem Leben haben worauf kommt das in unserem Leben an und wie kann ich diese Weisheit erwerben als erstes würde ich vorschlagen zu sagen es kommt auf unser Herz drauf an dass wir uns nach Weisheit sehnen wenn wir Weisheit erwerben wollen müssen wir uns nach Weisheit sehnen wir müssen das haben wollen in 2. Johannes Kapitel 2 Vers 15 und dann noch ein paar Verse weiter da heißt es liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist wenn jemand die Welt liebt ist die Liebe des Vaters nicht in ihm denn alles was in der Welt ist die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater sondern ist von der Welt der erste Schritt um Weisheit zu erwerben ist nicht die Welt zu lieben nicht das zu lieben was in der Welt wichtig ist ja in der Welt ist Gold und Silber wichtig Menschen streben nach Gold und Silber in der Welt wie viele Menschen sind daran kaputt gegangen in diesem Streben nach Gold und Silber aber es heißt hier liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist unsere Liebe soll nicht zu dieser Welt sein das ist die erste Voraussetzung um Weisheit zu erwerben dass wir nicht die Prinzipien dieser Welt lieben dass wir nicht in den Prinzipien dieser Welt leben und Liebe es heißt hier liebt nicht Liebe ist eine Entscheidung wir wählen zu lieben viele sprechen von Liebe als ein Gefühl und ja ein inneres Verlangen und was weiß ich die Bibel spricht von Liebe als etwas was eine Wahl bedeutet Gott hat uns erwählt zu lieben er liebt uns weil er seine Wahl auf uns getroffen hat er liebt uns nicht weil wir so liebenswert sind vielleicht meinen wir sehr oft dass wir die liebenswertesten Menschen sind ich weiß nicht wie es euch da so geht aber Gottes Liebe an uns ist nicht von diesen Voraussetzungen ausgegangen er liebt uns weil er sich entschieden hat uns zu lieben so ist Liebe eine Entscheidung und wenn wir Weisheit lieben wollen dann müssen wir uns dafür entscheiden dann müssen wir dazu ja ein Ja finden Ja sagen und hier heißt es Weisheit erwerben wie viel besser ist es als Gold und Verständnis erwerben als vorzüglicher ist vorzüglicher als Silber lasst uns einfach daran denken uns entscheiden Weisheit zu erwerben und Weisheit kommt einmal auch daher dass wir das Wort Gottes lesen und studieren im Psalm 119 Vers 127 da heißt es darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und Feingold nicht die Welt lieben aber Gottes Wort Gottes Gebote lieben sie schätzen sie als sehr wichtig erachten mehr als Gold und Feingold wir lesen dann in Kolosser 2 Vers 1 da heißt es denn ich will dass ihr wisst welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben damit ihre Herzen getrüstet werden vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses der Erkenntnis des Geheimnisses Gottes das ist Christus in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind wo ist Weisheit zu finden in Christus ist Weisheit zu finden in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen wie erwerben wir Weisheit indem wir sie bei Christus suchen in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen und ein weiterer Punkt wie kommen wir zur Weisheit es heißt in Jakobus 1 Vers 5 wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt so bitte er Gott der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden im Bitten erhalten wir Weisheit und ich mache jetzt noch einen weiteren Vers und das heißt hier im Vers 17 die Straße der Aufrichtigen ist vom Bösen zu weichen der der bewahrt sein Leben der auf seinen Weg Acht hat die Straße der Aufrichtigen hier ist die Rede über eine Straße wenn wir an Straßen denken da denke ich oft an Straßenbau in Hannover haben wir immer wieder im Sommer Sperrungen wo dann die Straßen repariert werden eine Straße hält nicht ewig man muss daran arbeiten man muss immer wieder reparieren wenn Schlaglöcher entstehen dann müssen sie rechtzeitig repariert werden sonst werden die Schlaglöcher größer es wird nicht besser die Straße wird schlechter man muss an der Straße arbeiten es gibt Länder in denen die Straßen einfach so gelassen wurden seit Jahrzehnten wo nichts dran gemacht worden ist und ich sage euch es macht Spaß auf diesen Straßen zu fahren die Geschwindigkeit geht drastisch runter und die Federn werden sehr stark beansprucht ich kenne halt so ein Land in Indien da bin ich sehr oft gewesen in Indien gibt es verschiedene Bundesstaaten und in einigen Bundesstaaten werden die Straßen noch eher gepflegt es gibt Bundesstaaten wo es halt weniger der Fall ist und dass ich zum ersten Mal in dem Gebiet unterwegs war damals mit meinem Chef der sagte mir du wirst es gleich merken wenn wir in dem bestimmten Bundesstaat sind und so war es die Straße war gut und auf einmal kam man ein Schlagloch und das hat gar nicht mehr geendet und man wusste man ist in diesem bestimmten Bundesstaat weil die ganzen Gelder die für den Straßenbau eingeplant sind die sind durch Korruption in Kanälen verschwunden und an den Straßen wurde damals mittlerweile sind die Straßen dort schon besser geworden da wurde nichts gemacht und ja mit unseren Autos wären wir überhaupt da nicht durchgekommen es sei denn dass jemand einen SUV hat aber ob derjenige der SUV hat dort fahren würde das weiß ich auch nicht weil die Autos die recht teuer sind sehr schnell leiden würden die Straßen müssen gepflegt werden müssen repariert werden damit sie verfügbar sind und hier heißt es die Straße der Aufrichtigen wer ist dieser Aufrichtige der alles immer richtig macht ich denke mal nicht der Aufrichtige ist derjenige der vor Gott aufrichtig ist der vor Gott ganz deutlich sieht dass er ein Versager ist der mit Gott lebt und sucht dass Gott in seinem Leben wirkt und dann heißt es die Straße der Aufrichtigen ist vom Bösen zu weichen ja wir müssen aufpassen ja wir als Nachfolger Christi wir müssen aufpassen dass unsere Straße nicht vom Bösen zerstört wird hier heißt es die Straße der Aufrichtigen ist vom Bösen zu weichen wir müssen das Böse weg tun damit sie nicht die Straße zerstört vom Bösen zu weichen ist eine aktive Sache die wir tun müssen aber die Frage ist wie kriegen wir das hin wie wissen wir was die richtige Straße aussehen soll da haben wir ein Wort in Jesaja 30 und da war auch Israel in der gleichen Situation dass sie sich fragten wie geht es weiter wie sollen wir handeln und hier heißt es in Jesaja 30 Vers 21 und wenn ihr zu rechten oder wenn ihr zu linken abbiegt werden deine Ohren ein Wort hinter dir hören dies ist der Weg den geht und wenn ich das so lese dann dann höre ich daraus da ist jemand der uns den Weg zeigt jemand der uns sagt was der richtige Weg ist der uns sagt wo wir abbiegen sollen wie wir unsere Straße reinhalten sollen und dann lesen wir in Johannes 14 Vers 6 da sagt Jesus ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben niemand kommt zum Vater als durch mich Jesus sagt ich bin der Weg ich bin die Straße Jesus folgen den Weg gehen den Jesus uns aufzeigt das ist der Weg den wir gehen sollen das wird unser Leben bewahren und so können wir auf den Weg achten ich schließe damit wir haben etwas über den König gehört über die Regierung auch dass wir dafür beten sollen wir haben über Weisheit erwerben gehört es ist wichtig ist dass wir Weisheit von Gott erwerben dass wir uns so einstellen dass wir alles tun dass wir diese Weisheit haben und wir haben über die Straße der Aufrichtigen gehört vom Bösen zu weichen lass uns das tun lass uns so leben dann werden wir Segen in unserem Leben empfangen lasst uns zusammen beten lieber Vater ich danke dir von ganzem Herzen für deine Gnade danke dass du zu uns redest danke für dein Wort und wir bitten dich führe du uns auf der rechten Straße leite du uns auf dem rechten Weg schenke du uns die Weisheit die wir brauchen wir brauchen dich wir brauchen die Weisheit von dir du musst sie uns schenken und danke dass wir immer wieder auch für unsere Regierung bitten dürfen danke dass du uns eine Regierung geschenkt hast die tolerant mit uns ist und so bitte ich dich Jesus segne du uns und schenke du uns in der Nachfolge deine Gnade wir brauchen dich Gnade 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 Gnade